So, es war eine Wanderrunde Lickerflash und es ist heute mit Chitsoulo, Dancen, Eisdornowaffel und Silas. Mir! Und mir! Mir! Und wir spielen gegen den Dirty Dubsip Dirk. Und den, den, äh... Ultra Dirk, oder? Den Ultra Dirk. Die Dirk-Botlane. Die Dirks. Ja. Das sind die Kevins unter den Dirks. Die Kevins unter den Dirks? Oh Gott, ey. Wie gehen wir jetzt? Alter! Gegen Heimerdinger! Chris! Ach ne, du bist ja gar nicht Jungle. Chitsoulo, du weißt, was der heißt, ne? Ja, Botlane. Toplane, Camp! Camp die Toplane! Ja, sieh ja, ey, das ist ja wohl der komplette Campster. Wollen wir mal hier die Grumps machen? Die Krax, ja, oder wie heißen die? Krax? Ja, die heißen Krax. 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 Sind das nicht diese komischen Schuhe? Ach ne, die sind Krax, oder? Krax heißen die, ja. Fast so ähnlich wie das, was du hast. Kappa. Kock? Ja. Aha. Der Eis und eine Waffel. Ist das ein Skin? Ja, ne? Ne, oder? Was ist das ein Skin? Das ist ein Skin, selbstverständlich. YouTube Money regelt. Ach du Scheiße! Ich bin mit Danzen unterwegs. Ja, mit Dwight Tilzen. Mit dem Echten. Ach du Scheiße. Mit dem Echten Tilzen. Willst du mir, Dillust Boy? Was, ich? Aber ich bin, äh, Leona Main. Ja, ich komme. Warum soll sie das denn? Bist du doof? Hä? Oh mein Gott. Alter, was ist denn das für ein Nulpe? Alter, das ist ja, oah. Äh, VP, oder? Ja. Ich komme weg. Deswegen skippt man also Q auf Level 1? Genau. Wenn man misst. Wow, der Heimerdinger skippt direkt Turm und pusht. Chris, kannst du Toplane kommen? Kappa? Ja, warte, ich bin gleich da. Ich gank gleich. Okay, warte. Level 3? Gank oder was? Kein Ding, kein Ding. Leona, Exhaust, Teleport. Haben alle drei verpasst. Ne, ich habe die letzten bekommen. Recht. Alter, was ist denn mit dir los? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass der Heimer direkt so ausrastet, ey, und direkt gankt. Ja, ich bin on the run. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Den Killen war. Der kommt da nicht weg. Nicht weiter, nicht weiter. Ich wollte nur mal ein bisschen einen Auto-Hit verbringen. Also, wenn das nicht Wurf war, dann weiß ich auch nicht. Dafür, den Niederländen zu gehen. Weiß ich kein, Mann. Hä? Hast du auch gerade irgend' so ein komisches Meinen gehört?! народе Ich bin jetzt Level 2, aber jetzt ruhig dich mal. Ruhig dich, Alde. Was ist ein Problem? Habt ihr nochmal bei dem Burger Dude bestellt? Nö, noch nicht. Aber heute vielleicht. Echt? Ey, da hätte ich schon wieder übelst Bock drauf. Hä? Bist du doch jetzt in deiner eigenen Bude, oder nicht? Ja, aber der Burger schmeckt wie viel geiler als bei... Oh, ne? Bugs Ranch, oder was? Ja, oh, Leute. Da wollte ich mir helfen. Alter. Aber die Dirk Range. Der Dwight Tilzen wieder. Ja, aber hättest du den Hook gesehen, da hättest du nicht gedacht, dass der reingeht. Schön reingerastet auf dich, ja. Hm. Die Frage ist, was mach ich jetzt mit ihr, ich glaub ich geh direkt Skien. Einfach richtig zerstören, den Heimer Donger. Ja. Bist du zufällig Germans Next Topmodel? Äh. Ja. Was ist mit euch los? Was hab ich mir denn hier für Freaks eingeladen? Können wir reingehen, Danny oder was? Ja, mein Witz. Der Dubstep Dirk oder was? Oh, ich bin tot. Tschüss. Oh. Geht gleich wieder raus. So, halt ich bereit. Auf. Das wäre auch peinlich gewesen, wenn sie mich da nicht gekillt hätten. Hause, hause, hause. Ja, ja. Aber du soll doch. Ja, Blitz. Ich hab kein Mana und nichts. Oh, der heißt so eine Waffe mit dem Schwert-Hieb, Alter. Was? Früher immer Ninja? Ja, klar. Wako? Alles gut. Reksa hat übrigens keinen Flash mehr. Der musste flashen. Oh, Shopping, Baby. Ich kann nichts kaufen. Scheißegal, trotzdem geh shoppen, geh dich heilen, Digga. Jetzt hast du die Möglichkeit. Ich geh mir, ja, ja. Ich geh mir, ja, ja. Ich geh mir jetzt, äh... Bin die TH first hin. Oder so. Du meinst ein drittes? Na ja, hol doch Boots. Mäuschen. Boots gegen Blitzcrank, ja? Outwalking. Die Tanzschuhe meinst du? Ja, der Dance ist noch immer an. Da braucht er keine Boots. Ballerinas. Oh. War da grad ein Flame gegen deinen eigenen Botlane-Partner oder was? Ja, das hat gesehen, was er hier gemacht hat. Guck mal, wer hier der Carry ist. Oh, ja. Der 1-0-er? Ja. Wofür steht die 0? Ja, für Notruf. Alter, ist das euer Ernst? Alter, ist das euer fucking Ernst? Oh Gott, ey, das kann ja echt nicht euer Ernst sein. Ich komm Bootlane, boys. Wow, Garmin, Alter. Die Reckstyle war schon wieder Toplane. Get rekt, Pellick. Oh, nice Gank. Ja, ja. Der hat gemacht. Haben wir eigentlich einen Jungler, Kappa? Gank ohne Waffe. Der Heimardinger ist, glaub ich, ein bisschen am Cryen. Die Reckstyle muss sitzen. Kannst du halt, dass der Mitte kommt, ne? Okay. Aber er hat immer noch, wie gesagt, keinen Flash, ne? Ach, ich glaub, wär ich auf... Komm mit, komm mit, komm mit. Bye, bye. Ist das, ist das die Mechanic of Doom hier? Die Synergy des Todes? Ja, genau, die... Support macht die Arbeiten durch das Rad. LOL. Ja, Alter. Manchmal ist das, das ist aber meistens tatsächlich so. Da brauchst du echt nur nichts kriegen. Ja, besser ist, ey. Support regelt der ganze Early. Das Early ist echt so 80% Supporter. Ja. Du brauchst, also wenn er jetzt nicht komplett behindert, bist du da immer ein Kill, wenn er den Support macht. Na, Alter. Na, ich lass ihn jetzt pushen, Schi-Zulo, ne? Wenn du Bock hast, kannst du da oben kommen, ne? Habe ich auch nicht. Na, ich merk das schon. Ich weiß aber nicht, ob es sich verplonten... Wie willst du ne Heimer ganken mit der Nidalee? Ja, außerhalb der Türme, easy. Ja. Hat doch hier seine Türme aufgestellt. Der pusht doch sowieso rein, wie so einen Bekloppten. Und jetzt stellt er sie gleich hier auf, und dann kann er auch nicht gehen. Ja, ja. So schnell hat er seine drei Stacks von seinem Schraubschlüssel-Dinger auch nicht. Oh, der stellt einfach seine Ulti auf. Kann er auch nix machen. Ja, auch tot. Wayne ist noch 5, ne? Wayne. Oh, Alter. Wayne Johnson. Aber der Blitzkring nicht. Ja, ist gut. Boah, mal Level 6. Was hab ich nach dem Minion hier? Oh, pass auf, Rekai. Oh, shit. Wie das? Lebooth? Ja. Ich glaub, Fizz moved auch bot lane. Sollte er weggehen. Alter. Was ist das denn, Alter? Irgendeiner fette Moped durch die Bude, ey. Richtig gut. Das ist der Cruiser. Oh, shit. Oh. Nice. Hab ich hier noch mehr? Oh, da ist er, der Witz. Ne, muss flaschen, Alter. Kein Bock auf den dicken Turm. Please. Alter. Na, kannst du's doch vergessen. Hier sind Leute. Oh, da hat er sich. Ahhhh. Outwalked. Ah, ich denke, Reksal kommt schon wieder hin. Ich ahne es schon. Timo, äh, Heimerdinger geht weg. Timo, würd ich schon sagen. Oh, lol. Nice. Lol. Ich lass mich jetzt nicht. Ich lass mich jetzt nicht. Fühlst'n bisschen. Los, sagt er. Ja, ich hatte Leck. Alter, das ist so dämlich, Mann. Oh, ich kann nichts machen gegen diesen scheiß Clown, ey. Bist du Nidalee main eigentlich? Ja. Und Tess, bist du Tess? Halt main, alt main. So main, main. Main, main. Main, main? Ah, kacke. Bist du Pink drinne. Reksal ist in deinem Jungle, ne? Oh, Mitte. Reksal wird gleich hinter dir. Oh, da kommt die Rocket. Hier. Reksal kommt hier. Reksal? Ah, schade. Top 10 Tower ist jetzt weg. Ich kann Top-Lane-Ulti werfen. Boah, falscher Klopp. Falscher Klopp. Ah, keine Ahnung. Die Lane ist auf jeden Fall komplett behindert, ey. Nachdem du Reksal dreimal Top-Lane war, ist das einfach nur sinnlos. Kann nichts mehr machen gegen den. Oh, ne. Ich wendet jetzt einfach nur los. Ich wendet jetzt einfach nur los. Ich wendet jetzt einfach nur los. Oh, ne. Stauern. Boah, das ist so low, ey. Ich bin halt im Perma-CC. Ich kann da nichts machen. Rechts, der muss fort. Ja. Der hat auch noch ult, glaube ich. Ah, die werden nicht diven wahrscheinlich. Chris kommt auch. Ah, ne. Niemand Drake. Niemand Drake. Na, Top-Lang. Weiß ich nicht. Heimerdinger könnte da auch hinkommen. Leider gerade noch nicht da. Hmm. Heimerdinger fehlt immer noch Top, ne. Oh. Oh, oh. Ah. Fuck. Heimerdinger ist wieder da. Heimerdinger ist wieder da. Heimerdinger ist wieder da. Heimerdinger ist wieder da. Hinter mir? Ne. Also. Heimerdinger ist wieder da. Oh, nice. Aha. Hast du dich ins Team sehr potiert oder was? Und rein geboostet? Ja, gegen die Wand. Das war halt so. Das ist echt super tricky gegen Heimardinger zu spielen, ey. Ach warte, ne Heimardinger ist ein Champion für den, der mich einer der größten Watt-Champions hier überhaupt bekommen kann. Ja, du kannst halt nichts machen, keine Ahnung, du kannst halt nie engage'n, weil du kannst ja auch schlecht ganken wegen seinem scheiß Ult Tower, ne. So neben Yurik und Mordekaiser ist ja einer der penetrantesten Champion. Ja. Super nervig, vor allem wenn Rex noch viermal Top kommt, Alter und ich einfach immer greed'e. Ist halt super demnich. Oh, ich hab noch ne Ult, aber die stirbt natürlich nicht. Wain, wain, wain. Nice. Oh, ist das ne nervige Kommboi. Oh, geht. Blitzcrank halt. Können wir Blitzcrank nehmen? Ja. Kann er mich reinhucken, ey? Alter, ey. Der Heimardinger. Boah, ist ja schlimm. Ich knick den nicht down, ey. Das kannst du knicken. Ja, der pusht immer noch, ne, bei mir. Der wird jetzt back in. Keine Ahnung, irgendwann musst du halt schon mal vorbeikommen, Schitz Solo, ne. Ja, ich kann ja gar nichts machen, ne. Ich werde keinen Crew treffen. Ich bin über Level 3, ich komm gleich. Du kannst auf jeden Fall was machen, keine Ahnung. Wenn ich den fast alleine jedes Mal kille, dann kannst du auch was machen. Ich bin fast Level 3, ich komm gleich. Nein, ich bin über Level 3, ich komm jetzt. Sag dir, so schwierig ist das nicht, den zu killen. Vor allem, weil ich den Stun gemaxed hab. Kriegen den Locker down. Und ist das meins? Dann gib ihm. Ach, da kommt der jetzt, oder was? Da kommt der jetzt. Ja, wenn's um snacken geht, dann ist er halt zur Stelle. Er hat halt nix. Vor allem, wenn er sein Ult Tower raus hat, dann kann er doch eh nix machen. Ja, ich bekomm ja keinen Jump drauf. Du brauchst keinen Jump, Alter. Wie gesagt, ich kann den Stunnen. Du brauchst dann einfach nur deine Puga-Fähigkeiten machen. Das ist doch easy. Du siehst das Farben sowieso ganz gut. Sag ich nochmal. Ja, ja. Ich hab auch immer noch mehr Farben als der Heimatling hat. Ein bisschen merkwürdig ist aber, ja. Ja. Wenn die Kanonen scheiße da sind, dann müssen die Heimatlinge halt am Arsch. Ja. Das stimmt wohl. Aber trotzdem sollte der Pressure an der Bondline was machen? Trotzdem sollte der Pressure an der Bondline was machen? Trotzdem sollte der mich halt nicht machen. Ich hab ich. Oh ja, bist Crank? Ja. Oh, Recklein. Recklein ist auch da. Alter. Der Schaden, Alter. Wie die euch kippt, ey. Das ist Wahnsinn. Mal sehen, was das war's dann wohl. Ich komm nicht in den Range. Recklein. 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 Der Dubstep-Dirk, Alter. Kriegen wir noch? Ne, kriegen wir nicht. Oh nein, von der in her. Boah, ho, 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 ho. Schütz-Hulo, ey. Toll. Das war aber auch höchste Eisenbahn, dass der heal abkommt. Hm. Aber töten kann der mich auch nicht, ey. Keine Ahnung. Der kann mich nicht lange genug an meinem Fleck halten. Hm, schade. Wo ist er? Ich glaub, den holt ich mir. Ich glaub, den holt ich mir. Der hat keinen Mana mehr. Der hat keinen Glück da. Boah, dann geht der nach unten, ey. Wir waren auf dem Weg Top-Lane, aber ich hab keine Ult. Keine Ahnung, ich glaub nicht, dass wir den legen könnten jetzt. Der hat aber keine Ult mehr, ne? Ja, ne, ich geh mal lieber mit der Mitte und Defter. Ich komm gleich Top. Der geht halt auch diesen übelsten Cancer-Bild, ne? Relays und Rot. Oh, Gott. Ich bin da, ich bin da. Ich kann nicht einfach so rein. Ach, na klar. Jolo. Oh, Alter. Ne, das bringt nichts. Ne, das bringt nichts. Ne, das bringt nichts. Oh, Rex, der kommt auf. Oh. Ich kann nicht besser. Bringt einfach nix. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, es gibt ihr. Ich bin direkt hinter dir. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Aha. Alter. Alter. Ich glaub, Fizz kommt auch von der Mitte. Fizz hat auch keine Ult. Ich bin bei'n Drake. Die Boys. Ja. Kann das hingehen. Ja. Wollen wir sie machen? Dwayne, Dwayne. Hat sie Vision gegeben, Dieter? Trits von innen. Alter, ich bin echt tot, ey. So gibt's sogar noch nicht. Ich kann fast nix mehr direkt rein. Du wirst da reingehen, oder? Ja, aber ich war, ich war um. Ich hätte nur einsperren, dann mache ich einen Neurotwerb. Ja, aus deiner Dings-Form, meine ich. Oh, kein Trit. Ich hab gleich ult. Oh. 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 Nice. Hammer, den Garten ist immer noch top. TP gleich top. Booo, motherfucker! Könnt ihr botlane irgendwie pushen? Ja, ne? Ja. Ja. Ich hab eins, sechs, alter. Richtig wahnsinn. Counter-Strike eins, sechs. Boah, Alter, der macht so einen sicken Damage, Mann. Hat der schon einen Relais? Ne, hat er noch nicht, aber fast. Baut man Relais jetzt mit Nidlisly? Ja. Ja. Oh nein. Oh lol. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann eigentlich nicht weggehen vom Turm, da wird er noch einer verdrücken. Ich kann auch nicht hierbleiben, andererseits. Haben euch die von Tumino eigentlich auch gefragt, ob ihr dieses komische Spiel streamen wollt? Heimertiger? Wegfall? Ne, kriegen wir nicht. Alter, ich bin weg. Kannst du vergessen, ich kann nicht mehr hierbleiben. Top-Lane-Tower fällt jetzt, ne? Oh, den holen wir uns. Auf geht's. In den Krieg. Oh. Au. 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 Ich komm Richtung Bot. Weiß nicht, ob wir was machen können, aber ich versuch's. Boah, ich denk schon. Geheimal. Oh, okay. Bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Oh, direkt wer da hinten. Oh. Oh, oh, oh. Komm her. Alles gut. Alles gut. Ich hab in zwei Sekunden dann. Viel. Nice. Nice, 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 nice. Da, da, da. Oh. Alter. Oh. Oh, der Stun. Das ist low. Der Stun ist so broken, Alter. Wirklich. Einfach komplett unterm Tower gestunnt für immer. Wahnsinn. Oh, oh. Ich konnte ihn leider nicht vorher stunnen. Bin ja da. Geh raub, geh auf, geh auf. Das war, ja. Der übelste Kill Secure. Kill Secure. Darf man Blitzcrank? Na, schaff' mal den. Wieso rasieren wir die jetzt so hart, Alter? Oh, jetzt Reckseil. Oh, ohne Heimerdinger. In den Reckseil. Die Reckseil. Die Reckseil. Die Reckseil. Jetzt den Donga. Ich kann nicht mehr tanken. Wollen wir die Ultron nehmen. Hab ihn nochmal gestunt. Nice. Boah, die ganzen Turrets, ey. Das zicke bei Hammerdinger ist ja vor allen Dingen, dass die Türme halt auch angreifen, während der stirbt, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch gilt. Ich glaub, 6 Sekunden oder so. Ja, 5 oder 6 Sekunden. Das ist ja richtig fies, ne? Oh, Adanson. Ah, es ist echt fies. Wow, what? Wieso Splash? What the fuck? Das hab mich aber auch gehört gewundert, dass er davon gestorben ist, ey. Weil er muss gestorben, bevor er aufgekommen ist. Na, das ist ja ein bisschen merkwürdig aus. Ah, hierzu gemacht ganz guten Damage. Wenn wir das irgendwie über den Laufenden lassen das Game. Wir müssen halt nur gegen die Wellen was machen. Das ist die einzige, die richtig Probleme macht, finde ich. Na, Heimatdinger kann halt irgendwie in einem spontanen Fight nie seine Türme ordentlich stellen. Geh in Richtung Nash. Und Nash. Na, ich bin da. Ja, und sind dran. Die machen Nash wohl. Na, die werden den abbrechen. Geh ruhig, geh ruhig, geh ruhig. Warte, ich komme. Den Donga? Ja, loll. Den Donga, Freunde. Nash? Ja, lass uns Nash machen. War der Fizz nicht noch irgendwo hier? Ja, lass noch sein. Tschüss. Da waren wir irgendwo. Der hätte bestimmt, der hätte bestimmt noch mal irgendwas gemacht auf uns. Wäre einer bestimmt gestorben, wenn der seine Ult gehabt hätte. Hast du gut gemacht, Peric. Hast du gut gemacht. Wir haben den Nutzen anerkannt. Alter, du bist so ein Reuniger, ne? Was? Du vergisst immer, dann sag ich nicht unbedingt für euch. Ach so, ja. Stimmt, aber ja was. Tja. Ich laber einfach so mal für mich selber rum, weißt ja. Ich kommentier einfach jeden Scheiß. Ich bin grad im Tryhard-Solo-Kubu-Mode, ja. Das ist doch halt so ein bisschen. Ja, weg schon. Ist ja auch fast wie ein Rank-Tier, ey. Ist echt Wahnsinn. Ist halt, ne? Seit die Rank-A-Gaming sind. Nein, das ist. Nein. 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 Ist das der Quadra? Quadra und Fanta? So jetzt. Alter. Scumbag Niederli. Lol. Was? Hä? Heißt G2O nicht auf Deutsch übersetzt? Scumbag Kappa? Hä? Gummlord. Ich glaub schon. Wie viele Damage man einfach macht, sobald man einfach einen Schweifers hat. So ein Scumblord. Lol. Vergehst dich die Damage, die du machst, wie meine Patti-Bahn drauf ist? Ja, ja klar. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie viel Schein macht das eigentlich noch? 110 immerhin. Groß. Das ist übel viel. Vor allem jedes Mal, wenn ich halt ein Ulti oder generell irgendwas mach, ne? Naja, klar. Ich mach Ulti. Du machst einmal Ulti durch. Du steckst Brocken. Ja. Ich mach W. Du machst Ulti durch. Steckst Brocken. Willig. Nein Fitz, hau ab. Du kriegst mich nicht, ey. Boah. Das ist echt... Luki. Too fast. Too fast. Too Furious. Ja. Furious. Muss auch geht's. Auf dem Witzcrank. Gib's ihm. Okay, wain, 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 wain. Wow. Ey, wer TP denn ohne Rumgarts hier? Ja. Das ist ja mal ein Ding, du. Hast du dich gerade selber geheilt, Shitsulu? Ja. Wenn ich Schaden krieg vom Tower... Es ging um den... Ja, aber Hauptsache die Kills nehmen, ne? Aber was ging's um den Huubave Croc? Den kriegst du doch auch wenn du mich heilst. Ja, das war Karma. Komm her, Shitsulu. Ja. Der Heimer push durch. Oh, hi. Ich denke... Alter, fast gewonnen haltet. Ne, kriegen wir. Können wir sogar noch weiter gehen? Ich weiß nicht, soll ich lieber Bord gehen? Nein, nein, wir können weiter gehen. Warte, bis die Konzept der Blizzcrank kommt, die können sie nicht wegdeffen. Oh, den hab ich echt gestunt. Oh, Alter. Boah. Ich tank nochmal rein. Okay. Sweet. Will der Heimerdinger eigentlich gar nicht back? Wie? Bööö. Alter, rekt, ey. Oh, oh, leil. Da wollt ihr den Eis ohne Waffel haben. Aber das sah am Anfang gar nicht so danach aus, ey. Wie? Ja, da war das hier so easy machen. Aber wir hatten ja auch keine Teamfiles, wirklich. Der muss halt carryen, leil. Ja, irgendjemand muss halt carryen, ne? Der Stecker ist noch ne Waffel. Gut. Dann würde ich sagen, war es dann für heute. Schreibt halt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Bis dann.